Flucht Sie waren in das alte Versteck der Schattenkämpferin geflüchtet, eine Höhle im dichten Wald gleich vor den Toren Makrats, und hatten dort auch Theana, die noch sehr mitgenommen war durch die Gefangenschaft, zurückgelassen, um die dunkle Quelle zu besuchen. Als Dubé die Höhle nach so langer Zeit wieder betreten hatte, überwältigte sie sogleich ein Gefühl der Trostlosigkeit. Es schien sich nichts verändert zu haben, so als sei der ganze Weg, den sie seither zurückgelegt hatte, umsonst gewesen. Offenbar kehrte sie immer wieder an denselben Punkt zurück, ein Schicksal, dem sie nicht entkommen konnte. Nach dem langen Umherziehen, nach den vielen Entbehrungen, war sie nun wieder da, wo alles angefangen hatte. Dann hatte sie Lerko angeschaut und wusste, Nein, es stimmte nicht. Vieles hatte sich geändert, denn nun war er in ihr Leben getreten und gab ihm einen neuen Sinn, befreite sie von der Einsamkeit. Ein Stöhnen rief sie in die Gegenwart zurück. Lerko hatte begonnen, sich die Wunden zu säubern und dazu ein Tuch mit dem pechschwarz wirkenden Wasser der Quelle getränkt. Er wirkte jetzt zerbrechlich, und das versetzte ihr einen Stich. Lass mich das lieber machen, sagte sie und nahm ihm das Tuch aus der Hand. Sie tauchte es in das Quellwasser und betupfte damit vorsichtig seine Haut. Er hob ihr Gesicht an und küßte sie, und eine Zeit lang gab es nichts anderes mehr unter den dichten Baumkronen. »Wie gehen wir jetzt weiter vor?«, fragte er, wobei er sich nur wenig von ihren Lippen löste. »Am besten versuchen wir, uns nach Laudamea durchzuschlagen, um mit dem Rat der Wasser zu besprechen, was nun zu tun ist. Senna und Lunärin sind sicher schon zurück und haben Bericht erstattet.« Sie schlenderten zurück zur Höhle, und nachdem sie den Eingang getarnt hatten, schliefen sie dort den ganzen Tag. In der zweiten Nacht kamen sie zu dem Schluss, dass sie unbedingt schneller vorwärtskommen mussten. Sie bogen auf einen schmalen Pfad ein und stahlen drei Pferde in einem abgelegenen Gehöft. Es waren Dubé und Learko, die die Sache übernahmen, während Theana im Wald auf sie wartete. Der Prinz erwies sich als vorbildlicher Reisegefährte. Er bewahrte stets die Ruhe, obwohl er selbst am allerbesten wusste, dass der Tod hinter jeder Ecke auf sie lauern konnte. Verzweifelt klammerte sich Dubé an ihn und unterließ es sogar, sich zu fragen, wie lange diese Illusion andauern würde. Kurze Zeit später allerdings wurden sie zum ersten Mal auf Suchtrupps aufmerksam. Zunächst hörten sie nur dumpfe Schläge in der Ferne, die aber rasch näher kamen und schon begannen ihre Pferde nervös zu wieren. Riesengroße Schatten bewegten sich am Himmel, die das Mondlicht verfinsterten. Drachen. Das hat uns gerade noch gefehlt, seufzte Learko. Sie suchen uns mit Drachen. Das heißt, Fora kann nicht weit sein. Dubé erbleichte. Sie mussten noch schneller vorwärtskommen, denn in ihrer Verfassung war es aussichtslos, sich auf einen Kampf mit Learkos Onkel und seinen Soldaten einzulassen. Im ersten Tageslicht suchten sie sich ein Versteck, schlugen ihr Lager auf und teilten die Wache ein. Sie waren zu langsam. So würden sie es nicht schaffen. Doch abends keimte plötzlich wieder Hoffnung. Sie waren kaum aufgesessen, als ein bläulicher Rauch Theanas Gestalt umschwebte. Rasch sprang die Magierin vom Pferd, legte die bunten Steine zu einem Kreis aus und murmelte einen Zauberspruch. Bald schon standen ihr Schweißperlen auf der Stirn, während der Rauch die Form einer Kugel annahm. Rasch schlägte Theana ein Stück Stoff aus, das sie von ihrem Kleid abriss, und schon begannen sich nach und nach deutlich erkennbar Runen darauf abzuzeichnen. An der Grenze wartet eine bewaffnete Einheit auf euch. In vier Tagen müsstet ihr dort sein. War das die Rettung? Vielleicht war es gar nicht mehr so weit. Auf das Hindernis stießen sie, als sie dem Ziel schon ganz nahe waren. Wie ein Theatervorhang traten die Bäume auseinander, und vor ihnen lag eine freie Fläche. Nicht sehr groß, in einer Nacht zu durchreiten, doch dort waren sie ohne Deckung. Sie hielten an und ließen die Pferde ihm vom taufeuchten Gras weiden. Es war eine wunderschöne, von einem herrlichen Vollmond beschienenen Nacht. Und nun? fragte Theana. Weder Dubé noch Learko wussten, was sie antworten sollten. Vielleicht konnten sie die offene Ebene umreiten, aber wie lange würde das dauern? Man erwartete sie, und sie waren mit ihren Kräften fast am Ende. Mit ihrem eingefallenen Gesicht und den zitternden Händen sah Theana auf ihrem Pferd wie ein Gespenst aus. Sie hatte Dubé überredet, das Ritual noch einmal zu wiederholen, doch hatten ihre Kräfte nicht ausgereicht, um es ganz zu Ende zu führen. Die Wirkung würde bald schon wieder verpufft sein, und die Magierin fühlte sich jetzt so schwach, dass sie kaum einen Muskel bewegen konnte. Los geht's, rief Learko plötzlich. Dubé erkannte in seinem Blick seine gewohnte Sicherheit. Einverstanden, aber wir müssen uns wirklich beeilen, antwortete sie, während sie ihr Pferd antrieb. So galoppierten sie durch die Ebene unter einem Mond, der ihnen wie ein riesengroßes, leuchtendes Auge vorkam, das allen ihre Position verriet. Das laute Hufgetrappel übertönte das dumpfe, rhythmische Schlagen, das seit Tagen immer wieder die Luft vibrieren ließ. Durch das Keuchen ihrer Tiere überhörten sie das Klirren und Scheppern der Rüstungen, und so kam es, dass der entsetzliche Schatten ganz plötzlich vor ihnen auftauchte. Immens, schwarz im Schwarz der Nacht, schnitt der Drache Theanas Pferd den Weg ab und warf es zu Boden. Dube und Learko hörten die Magierin schreien und mussten mit ansehen, wie sie durch das Gras rollte und plötzlich von einer schuppigen Klaue um die Taille gepackt wurde. Dube schrie. Nicht jetzt, nicht jetzt, flehte sie verzweifelt. Da ließ sich der Drache ein zweites Mal fallen, nun auf Learko, doch der war gewarnt, und duckte sich weg und zog das Schwert. Abrupt wendete er sein Pferd und galoppierte sogleich in wilder Hatz wieder los, um den Angreifer zu verwirren. Flieh, flieh, rief er Dube zu, doch sie hörte ihn nicht. Ihr Kopf war völlig leer. Jetzt tauchte vor ihnen ein ganzer Trupp Soldaten auf, die unausweichlich näher kamen und sie einzukreisen begannen. Dube versuchte, ihr Pferd zu beruhigen, doch das scheute und bockte in wilder Panik. Sie verlor das Gleichgewicht und die Welt löste sich auf in dem dumpfen Schmerz, der ihr durch den Kopf schoss, und als sie wieder zu sich kam, sah sie als erstes den Mond, der schön und gnadenlos über ihr schien. In ihrem Kopf drehte sich alles und sie spürte, wie die Bestie in ihr hungrig knurrte. Als sie den Blick hob, sah sie, wie Liarko gegen den Drachen kämpfte und sich mit dem Schwert, dessen scharfer Krallen, erwehrte. Doch es war ein ungleicher Kampf. Sie wollte aufspringen, um ihm zur Hilfe zu eilen, da spürte sie die metallische Kälte einer Klinge an ihrem Hals. »Wohin so eilig?«, höhnte eine Stimme. Das Schwert ausgestreckt, stand ein Soldat über sie gebeugt da. »Willst du das Schauspiel nicht genießen?« Hinter dem Mann erkannte sie noch Dutzende weitere Soldaten, alle schwer bewaffnet und zum Angriff bereit. Doch Duby ließ sich nicht beeindrucken. Mit einer blitzschnellen Bewegung bäumte sie sich auf, stieß dem Mann ihren Dolch in den Leib und stellte sich sofort dem Nächsten entgegen. Aber die Überlegenheit war zu groß. Man warf sie zu Boden und hielt sie dort fest. »Jetzt spuckst du kein Gift mehr, du hässliche Schlange!«, schrie ihr einer der Soldaten ins Ohr. Duby wusste nicht, was sie tun sollte. Der Drache hatte gerade mit einem Biss Learkos Pferd zerrissen und der Prinz war zu Boden gestürzt. Jetzt sah sie, wie er sich mit dem Schwert noch in der Hand aufrappelte, woraufhin sich drei Soldaten sofort auf ihn warfen, ohne ihm die Zeit zu geben, sich kurz zu orientieren. Wie eine Furie schlug er um sich, doch zu viele Feinde standen ihm entgegen und bedrängten ihn pausenlos, so dass er schließlich niederfiel und keine Kraft mehr fand, noch einmal aufzustehen. Mit allen Tricks, die sie von Scherwa gelernt hatte, versuchte Duby verzweifelt, sich freizumachen, doch die Soldaten kamen jeder Bewegung zuvor. Mit Tränen des Schmerzes und der Wut in den Augen musste sie machtlos mit ansehen, wie der Drache landete und seinen Herrn absteigen ließ. Der Mann trat auf Learko zu, doch war er zu weit entfernt, als dass sie hätte erkennen können, um wen es sich handelte. Sie sah, wie einige Männer jetzt Learko und Tiana fesselten und in den Sattel des Tieres hoben. Dann schwang sich der Drache wieder in die Lüfte und sein Brüllen hallte über die Ebene. Während der Mann auf sie zukam, traten mit jedem Schritt seine Züge im Mondlicht deutlicher hervor. Das brutale Gesicht und der bullige Körper verrieten einen Feind, den sie nur allzu gut kannte. Und nun zu dir, sagte Forrer mit einem gemeinen Grinsen. Entschlossenheit Während des Mittagessens war die Meldung eingetroffen, sodass der ganze Speisesaal bald nur noch ein einziges Getuschel war. San war auf dem Weg zur Gilde und das aus freien Stücken. Und Ido? hatte Sherva gefragt. Der Befehl lautete doch, ihn nur im Notfall anzugreifen, verständlicherweise nach dem, was er mit ihr gemacht hat. Zwei Assassinen neben ihm hatten Mühe, ein höhnisches Lachen zu unterdrücken. Sherva kochte vor Wut. Was erlaubten die sich? Er sprang vom Stuhl auf und brachte mit einem Blick alle zum Schweigen. Der Zorn, der ihn erfasst hatte, war übermächtig und ohne lange zu überlegen, suchte er den höchsten Wächter auf. Ihr habt mich daran gehindert, mich noch einmal auf die Suche nach San zu machen und ich habe gehorcht, erklärte er mit bebender Stimme. Auch die Degradierung zu einem gewöhnlichen Assassinen habe ich hingenommen und mich nicht widersetzt. Aber den Spott der anderen kann ich nicht mehr länger ertragen. Hier im Haus steht nur ihr über mir. Einen Moment lang fragte er sich selbst, ob dies den Tatsachen entsprach, aber er sagte es so überzeugt, als glaube er daran und ein angedeutetes Lächeln trat auf Jeschols Lippen. Sherva begriff, wie tief er ihn hasste. Dieser Fanatiker und sein infernalischer Kult mussten aus der aufgetauchten Welt verschwinden. Du müsstest eigentlich über diesem Gerede stehen. Die Ehre war immer schon von grundlegender Bedeutung für mich. Jeschol blickte ihn von der Seite her an. Was erwartest du von mir, Sherva? Gib mir die Chance, Rache zu nehmen. Die wurde dir bereits verweigert. Ich muss dem Gnomen entgegenziehen und ihn aufhalten. Mit Sicherheit ist er schon auf dem Weg zu uns. Meinetwegen, tu, was du dir vorgenommen hast, fuhr Jeschol fort. Töte den Gnomen, ich erlaube es dir, aber nur, weil ich großzügig sein möchte, aus keinem anderen Grund. Merk dir das gut. Aber das ist das letzte Mal. Noch einmal lasse ich es nicht zu, dass du gemäß diese abstrusen Ideen eines Halbblut-Bastards handelst. Wenn du diese Aufgabe erfüllt hast, musst du dich ändern. Sonst bist du der Nächste, den ich unter der Tena-Statue ausbluten lasse. Sherva lachte verbittert in die Nacht hinein, als er an diese Begegnung zurückdachte. Der höchste Wächter hatte ihn wirklich vollkommen ausgelöscht. Und dafür war dieses Gespräch ein gutes Beispiel. Er war nicht mehr als ein Untergebener Jeschols, einer unter vielen, eine Waffe, vielleicht schärfer als andere, aber eben nicht mehr als ein Werkzeug. Jeschol war immer sein Herr gewesen und das würde sich auch niemals ändern. Im Gegensatz zu ihm selbst war es dem höchsten Wächter gelungen, seine Vorstellungen durchzusetzen. Seine Seele und seinen Körper hatte er ganz den Dingen geweiht, an die er glaubte, bis zur letzten Konsequenz, bis zur Selbstaufgabe. Deshalb war er so stark. Jetzt kann ich nur noch versuchen, zu retten, was zu retten ist. Er schaute von der Klippe hinunter. Der Sturm brauste und mit Macht brandete das Meer gegen die Felsen. Bald schon würden ihm diese Wellen den einzigen Feind heranspülen, dem er noch gewachsen sein würde. Einen müden, resignierten Greis, den letzten Überlebenden einer Welt, die bereits untergegangen war. Der Mond glitzte dem Meer entgegen und Scherwa konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass er wirklich tief gesunken war. Jeschul gab ihm nur noch Gerippe zum Abnagen, von denen die Zeit bereits das Fleisch gelöst hatte. Den ganzen Palast hatten sie auf den Kopf gestellt. Sogar Quar, noch mit Schlafmütze und dem Nachtgewand, hatte sich beteiligt und auch Ondine war ungekämmt durch die Räume gezogen. Ido hatte jeden Winkel durchsucht, war alle Treppen hinauf und hinuntergelaufen, war in jede Nische gekrochen, doch von San nicht die kleinste Spur. Mittlerweile gab es wohl keinen Zweifel mehr, dass er fort war. Während Ido nervös an seiner Pfeife zog, stiegen in immer kürzeren Abständen dichte Rauchwölkchen auf. Seine Hände zitterten und er spürte einen ungeheuren Druck auf sich Lasten, eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und Machtlosigkeit auf einem Fundament wahnsinniger Schuldgefühle. Er schüttelte den Kopf. Bis zu diesem Moment hatte er selbst diesen Gedanken nicht zulassen wollen, doch nun konnte er sich nicht mehr länger dagegen wehren. Er selbst hat den Gefangenen befreit und ist mit ihm fort. Er legte eine Hand vor das Gesicht. Das war also die verheerende Bilanz seiner Bemühungen. Tarik und dessen Frau waren gestorben und San war durchgebrannt, praktisch vor seinen Augen, noch dazu angetrieben durch seine, Idos, Unfähigkeit. Denn das war ganz allein seine Schuld, daran gab es nichts zu rütteln. Er hatte es nicht verstanden, den Jungen richtig zu nehmen, hatte keine Antwort gefunden auf seine Trauer und es nicht geschafft, seinen Schmerz zu lindern. Stattdessen hatte er ihm nur den Kopf mit alten, verstaubten Geschichten gefüllt. Noch am Nachmittag desselben Tages brach er auf. Er hatte sich von Ondine einen Passierschein für alle Grafschaften der untergetauchten Welt ausstellen lassen, damit er an den Grenzen nicht aufgehalten würde. Ido musste alles daran setzen, seinen immensen Fehler zumindest teilweise wieder gut zu machen. So gab er seinem Pferd die Sporen und legte in rasendem Tempo Meile um Meile unter dem Meer. Geil und unwegsam wie auf dem Hinweg bauten sich die Askose-Klippen vor ihm auf. Doch damals war noch vieles in Ordnung gewesen. Er hatte die Trauer des Jungen geteilt und im Grunde geglaubt, San würde so etwas wie die Nihal seines Alters werden. Ido fluchte. Vielleicht hatten sie eine andere Route genommen und waren noch auf dem Meer. Oder niemand hatte ihre Landung bemerkt und sie waren schon zu Land unterwegs. So hetzte er nun den steilen Pfad hinauf, der von der Bucht hoch zum Gipfel führte. Oben angekommen, schaute er sich suchend um. Sie konnten überall sein und eigentlich war es unmöglich, ihre Spuren zu finden. Ach, warum musste er seine Fehler immer so teuer bezahlen? Zuerst hatte er seine besten Jahre als Drachenritter unter dem Tyrannen vergeudet und seine große Liebe erst viel zu spät gefunden. Dann hatte er Dohor unterschätzt und es nicht verhindern können, dass Sennas Sohn Tarik vor seinen Augen starb. Und nun war ihm auch noch dessen Enkel San weggelaufen. Es war reiner Instinkt, der ihn rettete, während er seinen trüben Gedanken nachhing. Ein Instinkt, den weder das Alter noch die Verzweiflung ganz auslöschen konnten. Er wich zur Seite aus und sah gerade noch eine Klinge aufblitzen, die sich rasch im Abgrund zu seinen Füßen verlor. Das sind sie, dachte er im ersten Moment gegen jede Vernunft und sein Schwert ziehend fuhr er herum. Doch vor ihm stand nur eine schlanke, schlachsige Gestalt. Ido erkannte sie auf Anhieb. Es war der Assassine, der Sands Eltern getötet und den Jungen aus Salazar entführt hatte. Du hast dir viel Zeit gelassen, sagte der Meuchelmörder mit einem schmierigen Lächeln. Wo ist San? Der Assassine ging nicht darauf ein. Seit über einer Woche warte ich auf dich, fuhr er stattdessen fort. Hast du eine Ahnung, wie lang sieben Tage sein können, wenn man nur aufs Meer hinaus schaut? Ido fletschte die Zähne. Er musste den Mann zum Reden bringen und das schnell. Sag mir, wo er ist. Der Assassine zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich ist er jetzt schon im Land der Nacht, nur ein paar Tagesreisen vom Tempel entfernt. Vielleicht irre ich mich aber auch. Aber das ist egal. Sein Schicksal geht mich nichts mehr an. Ido konnte es nicht fassen, das war doch unmöglich. Dazu hätten sie fliegen müssen. Geh mir aus dem Weg. Die Sache ist keine Auseinandersetzung zwischen uns beiden. Ich bin nicht mehr der Mann, gegen den du vor drei Monaten gekämpft hast. Auch ich bin nicht mehr derselbe, erwiderte Scherwa grinsend. Er hatte noch nicht zu Ende geredet, da ließ er zwei Messer fliegen, die nur um Haaresbreite Idos Gesicht verfehlten. Das erste konnte der Gnom mit dem Schwert abwehren, doch das zweite sah er erst im allerletzten Moment, und während er zur Seite auswich, musste er die Deckung sinken lassen. Bis er sich wieder berappelt hatte, war der Dämon bereits hinter ihm. Jetzt habe ich dich, knurrte der Assassine in triumphierendem Ton, indem er ihm einen Arm um den Hals legte. Schon im nächsten Moment spürte Ido, dass ihm die Luft wegblieb. Doch er geriet nicht in Panik. Ein kurzer Blick hatte ihm genügt, um genau zu erkennen, was der Assassine am Gürtel trug, und so streckte er nun blind eine Hand zu der Waffe aus, erreichte das Heft und zog sie aus dem Futteral. Er stach zu und traf den Arm des Feindes, der aber keinen Laut von sich gab. Doch seinen Griff musste er lockern, und Ido konnte auf Distanz gehen. Ohne das leiseste Stöhnen zog sich der Assassine die Klinge aus dem Arm und streckte sie augenblicklich gegen den Gnomen aus. Doch diesmal ließ sich Ido nicht überraschen. Er parierte jeden Stoß und stellte sich immer besser auf den Rhythmus ein, in dem sein Feind kämpfte. Wie Ido in seinen Augen las, war der Mann wie weggetreten, griff pausenlos an, aber immer nach dem gleichen Muster. Der Gnom überließ ihm die Initiative, ließ ihn in dem Glauben im Vorteil zu sein, um ihm dann, als die Augen des Assassinen schon triumphierend aufleuchteten, auf dem falschen Fuß zu erwischen. Er traf das Heft des Dolches, nutzte den Rückschlag aus und konnte ihm auch den anderen Arm durchbohren. Die Wunde war tief und das Blut schoss hervor. Verflucht, zischte Sherva und ging ein wenig auf Abstand. An dir liegt mir nichts. Mach dich fort und du kannst weiterleben, keuchte Ido. Was will ich mit einem ehrlosen Leben? Ich habe mich lange genug geduckt, in all den Jahren und werde nicht eher gehen, bis ich die Schmach meiner Niederlage getilgt habe, schrie Sherva. Und plötzlich hatte er von irgendwoher ein Seil hervorgeholt, machte einen Sprung auf Ido zu und versuchte ihm die Schlinge über den Kopf zu ziehen. Im letzten Moment brachte der Gnom noch eine Hand dazwischen und dennoch wurde ihm die Luft knapp. Glücklicherweise verlor Sherva aber so viel Blut, dass ihm die Kraft fehlte, um richtig zuzuziehen. Als er spürte, dass der Druck ein wenig nachließ, nutzte Ido das sofort aus, packte Shervas Arm, kam frei, warf ihn mit Schwung zu Boden und nagelte ihn dort mit einem Schwertstoß fest. Absichtlich hatte er nur die Schulter getroffen, damit der Mann noch reden konnte, bevor er starb. Töte mich, stöhnte Sherva. Ich habe zum zweiten Mal versagt und den Tod verdient. Ido ließ dieses Klagen völlig kalt. Ein Hindernis mehr auf seinem Weg, eine weitere Verzögerung, das war alles, was er in dem Mann sehen konnte. »Stimmt das, was du vorhin gesagt hast?« fragte er sich auf das Schwert stützend. »Ich habe gesagt, du sollst mich töten,« zischte der andere nur zur Antwort. »Mein Leben ist gescheitert. Ich habe mich verkauft und nichts dafür zurückbekommen. Und jetzt krieche ich am Boden wie ein Wurm, ich, der ich der stärkste von allen sein wollte.« Ido betrachtete ihn wie ein Tier auf der Schlachtbank. Auch wenn der Mann eines der vielen Opfer der Gilde war, so war er doch auch Tareks Mörder. »Sag mir zuerst, ob das stimmt, was du vorhin gesagt hast. Dann schenke ich dir den Tod.« Der Mann nickte schwach. »Sie haben einen unterirdischen Gang benutzt, den der Tyrann anlegen ließ, in der Zeit vor der Winterschlacht, um seine Kundschafter unbemerkt in die untergetauchte Welt zu entsenden. Deswegen haben sie dich abgehängt.« »Verflucht!« Sherva lachte röchelnd. »Er hat uns alle beide hinters Licht geführt. Er wusste, dass ich dich nicht besiegen würde und hat mich nur gehen lassen, damit ich dich eine Weile aufhalte. Bis zum Schluss hat er mich nur als Werkzeug gebraucht.« Er drehte sich zu dem Gnomen um. »Aber auch du warst nur eine Waffe in seinen Händen, so wie die Scharen von Sklaven, die er sich unter der Erde herangezogen hat und mit denen er die Welt zerstören wird.« Ido blickte ihn skeptisch an. »Von wem sprichst du eigentlich?« »Von Jeschol, dem höchsten Wächter, dem Mann, den zu töten ich in die Gilde eintrat und der mir letztendlich alles genommen hat.« Ido kam bedrohlich nahe an ihn heran. »Wann soll der Ritus gefeiert werden?« Zögern schaute ihn Scherwa einen kurzen Augenblick an. Dann verzog sich seine Leidensmine zu einem furchterregenden Grinsen. »In zwei Wochen. Eine Woche, bis der Junge bei ihm eintrifft und eine, um alles vorzubereiten.« »Warum eine ganze Woche?« »Weil die Wiedergeburt Astas mit einer Massenopferung von Postulanten, die unter der Tena-Statue im Bau der Gilde hingemetzelt werden sollen, gefeiert wird.« »Und unter diesen Opfern sollen auch zwei Ehrengäste sein, die Jeschol vielleicht noch gar nicht gefasst hat. Eine Magierin namens Theana und Dohos' Sohn.« Ido lief ein langer Schauer über den Rücken. Die junge Zauberin, die ihm das Leben gerettet hatte, und der traurige Jüngling, mit dem er sich vor gar nicht so langer Zeit im Zweikampf gemessen hatte, der Prinz, der niemals König sein würde. Er riss sein Schwert aus der Schulter des Assassinen, der vor Schmerz aufschrie, und begann, die Klinge mit einem Lappen aus seiner Tasche zu säubern. Das Blut des Assassinen war von merkwürdiger Konsistenz und auffallend hell. Es wirkte nicht wie Menschenblut. »Du hast mir dein Wort gegeben,« rief Scherwa, während er sich hochzog. Ido blickte ihn an. »Ich töte niemanden, der mir nicht mehr schaden kann. Wenn du mich nicht tötest, verfolge ich dich bis ans Ende der Welt und verhindere, dass du den Jungen rettest.« Ido deutete auf Scherwas Schulter. »Mit dieser Wunde? Und zudem hast du gar keinen Grund dazu, wie ich gerade von dir selbst gehört habe.« Der Mann wandte den Blick ab. »Mein Leben ist sinnlos geworden. Wärst du ein echter Krieger, hättest du Erbarmen mit mir.« »Du hast immer noch einen Feind,« erwiderte Ido. Dann steckte er das Schwert zurück und machte sich auf den Weg. Scherwa schaute ihm entgeistert nach, doch bald schon wich die Betäubung einer wilden Entschlossenheit, ein Gefühl, das er seit Jahren nicht mehr verspürt hatte. Er begrüßte es wie einen alten Freund, denn es verlieh ihm den Mut, das zu tun, was er bis zu diesem Moment gefürchtet hatte. Nun war er bereit, sein großes Ziel zu verwirklichen. Im toten Wald Im Wind stöhnte der Wald aus abgestorbenen Bäumen. Der Sommer zeigte sich von seiner unschönsten Seite, die Erde war rissig und der Staub drang überall ein und brannte in den Augen. Bis dahin hatte Lunärin den Bannwald noch nie gesehen, ihn sich nur vorstellen können nach dem, was er in der Geschichte der Drachenkämpferin darüber gelesen hatte. Doch hatte er dabei das Bild eines einladend schattigen und kühlen Ortes gewonnen, das nichts mit dieser trostlosen Landschaft vor ihm zu tun hatte. Senna an seiner Seite zog sich den Umhang fester über der Brust zusammen. Bist du sicher, dass er hier ist? Lunärin nickte. Ich habe es gestern Abend noch zweimal überprüft, immer mit dem gleichen Ergebnis. Der Talisman befindet sich im Bannwald. Senna seufzte. Das hat eine Bedeutung, sagte der alte Magier, während er einige Schritte im Gegenwind weiterging. Ich habe keine Ahnung, wie der Talisman hierher gekommen ist, aber das hat eine Bedeutung. Im tiefen Schweigen durchquerten sie das, was vom Bannwald übrig war. Zunächst waren die Bäume von den Soldaten des Tyrannen gefällt worden, um daraus Verteidigungsanlagen zu errichten. Dann kam die große Armut und die Bauern hatten überall gebranntrodet, um der Erde den einen oder anderen Acker für eine bescheidene Ernte abzuringen. Und nun breitete sich um sie herum nur noch eine weite Fläche mit niedrigem, kränklich wirkendem Buschwerk aus. Lunerin kannte die Geschichte. Dieser Wald hatte sein Leben ganzen Bannwald beschützte, den Elfenstein entnahm, dem sogenannten Vater des Waldes. Ohne dessen Schutz waren viele Pflanzen erkrankt und eingegangen. Immer weiter war die Steppe vorgedrungen, die immer schon, wie die Alten noch wussten, dem Bannwald diesen Boden streitig gemacht hatte. Früher einmal hatten sich die Wälder bis zum Land des Wassers hingezogen und Lunerin überraschte sich bei dem schmerzlichen Was blieb, waren nur blasse Erinnerungen, Geschichten, die abends vor dem Feuer weitererzählt wurden. Die Vergänglichkeit der Dinge, dies war für ihn die Entdeckung jener langen Reise an Senners Seite. Die Helden wurden alt und verloren die Hoffnung, die Wälder verdorrten und alles verschwand im ewigen Lauf der Zeit. Ich weiß, wohin wir unterwegs sind, sagte der alte Magier unvermittelt, wobei er den Blick hob. Und dort will ich nicht hin. Plötzlich blieb der alte Magier stehen und Lunerin sah, dass seine Schultern leicht zitterten. Da hob er den Blick und begriff. Vor ihnen lag ein halb zerfallener, immer noch majestätischer Stamm, der gewiss einmal zu einem jahrhunderte alten Baum gehört hatte. Er schien schon vor langer Zeit gefällt worden zu sein, denn an den Rändern waren das Holz faulig und die Rinde abgebröckelt. Zudem sah man überall vulgäre Zeichen oder Ferse eingeritzt. Offenbar hatten die vorüberziehenden Soldaten ihm noch nicht einmal diese letzte Kränkung erspart. Am Boden das einzige Zeugnis eines großen, nun geschändeten Erbes. Ein goldenes Blatt, das aussah wie gerade vom Baum gefallen und das nun aus eigener Kraft strahlend zwischen den von der Trockenheit aufgerissenen Erdschollen lag. Das war er, der legendäre Vater des Waldes, der Baum, der den letzten Elfenstein des Talismans der Macht, den Stein aus dem Land des Windes also, gehütet hatte. Lonerin versuchte sich zu trösten, indem er sich sagte, dass dieser Baum mit seinem Opfer die aufgetauchte Welt gerettet hatte, und dennoch überkam ihm bei diesem Anblick grenzenlose Traurigkeit. Sennas Lachen überraschte ihn. Er fuhr herum und sah das Gesicht des alten Magiers zu einem bitteren Grinsen verzerrt. Ihr Götter habt schon einen seltsamen Humor, rief er, während er zum mattweißen Himmel aufblickte, den ein diffuses Sonnenlicht erhellte und die Arme ausbreitete. Ihr wolltet, dass meine Augen auch dies noch sehen müssen? Gut, hier bin ich. Längst weiß ich ja, nichts heiliges, Verkastbares gibt es auf dieser Erde. Alles geht verloren. Noch die süßesten Erinnerungen musste ich aufgeben. Aber wäre es nun nicht an der Zeit, all dem ein Ende zu machen? Ich habe genug von diesem Leben. Was hat das alles noch für einen Sinn? Da erhob sich eine leichte Brise und ein sanftes Klingeln erregte die Aufmerksamkeit der beiden Magier. Sie schauten genauer hin und entdeckten die winzige leuchtende Gestalt, die auf dem Baumstamm saß und sie aus ihren blauen Augen anblickte. Ihre Haare waren strubbelig und ihre Ohren spitz. Auf dem Rücken trug sie ein paar feiner transparenter Flügel und ihr Gesicht war so glatt wie das eines Kindes. Lunerin wusste nicht, woher dieser Kreatur so plötzlich aufgetaucht war. Hadere nicht mit den Göttern, es ist meine Schuld, sprach da der Kobold. Senna riss staunend die Augen auf. Kobolde galten in der aufgetauchten Welt gemeinhin als ausgestorben. Niemand hatte dieses Phänomen genau erklären können, fest stand aber, dass diese Wesen seit Kriege und Menschen die Wälder zerstört hatten, irgendwann wie vom Erdboden verschwunden waren. Senna senkte den Kopf und lächelte den Kobold an. Endlich treffen wir uns einmal. Du musst Fuß sein, richtig? Der Kobold antwortete nicht, beschränkte sich nur darauf, auch seinerseits zu lächeln. Senna zögerte einen Moment und sagte dann, Nial ist tot. Fuß blieb ruhig, doch sein Blick verschleierte sich vor Trauer. Ja, ich weiß. Manchmal denke ich, du hättest den Stein wieder an dich nehmen und an seinen Platz setzen sollen. Wenn es so enden musste, sagte der Magier mit einer Geste, die alles einschloss, was sie umgab, wäre es vielleicht besser gewesen, Nial nicht ins Leben zurückzuholen. Weiter lächelnd blickte Fuß die beiden an. Ein trauriges, nicht strahlendes, aber aufrichtiges Lächeln. über den Dingen, über dieser Trostlosigkeit, aber nicht wie jemand, der sich davon nicht berühren lässt. Er war sich bewusst, was passiert war, hatte es aber akzeptiert. Du hast dich von der Last der Ereignisse niederdrücken lassen, Senna, erwiderte der Kobold. Letztendlich hast du es nun doch wie alle anderen gemacht. Du hast die Waffen gestreckt, weil du glaubtest, sich den Dingen zu fügen, sei die einzige Haltung, dem Leben zu begegnen. Doch in Wirklichkeit hast du dich aufgegeben und einfach aufgehört zu kämpfen. Irritiert durch diese harschen Worte trat Lunärin einen Schritt zurück. Senna rührte sich nicht, schien getroffen von diesen Vorwürfen, die er wohl nicht erwartet hatte. Du hast nicht das Recht, so mit mir zu reden, sagte er dann. Du hast nicht verloren, was ich verloren habe, hast nicht durchgemacht, was ich durchmachen musste. Glaubst du das wirklich? Mein ganzes Volk ist ausgestorben und ich habe kein Zuhause mehr, antwortete der Kobold in ruhigem Ton. Und erst recht kein Heiligtum, über das ich wachen könnte, fügte er mit einer Hand über das tote Holz streichend hinzu. Und dennoch bin ich noch hier, bin diesem Ort bis in alle Ewigkeit verbunden. Ich werde mit ansehen müssen, wie sich ganze Generationen in Kriegen auslöschen, werde neue heranwachsen sehen, die dann ebenso schnell wieder in Vergessenheit geraten. Immer einsamer werde ich sein und dabei nicht ein Jahr altern, während um mich herum alles in Scherben fällt. Seine Worte verklangen in einer unwirklichen Stille. Der Wind pfiff nicht mehr durch das kahle Geäst. Kein Laut war zu hören, so als könne und wolle die Welt um sie herum nicht den dichten Schleier der Trauer durchdringen, der diese Worte umgab. Senna hatte sich auf einem Baumstumpf niedergelassen und starrte auf seine geballten Fäuste. Vos musterte ihn mit ernstem Blick. Ich habe hier etwas für dich, fügte er hinzu und zog an einem Kettchen, das er am Handgelenk trug. Lunerin und der alte Magier beobachteten, wie sich aus einer Vertiefung im Baumstamm der Talisman der Macht erhob, beschädigt und verrostet. Woher wusstest du, dass wir nach ihm suchen? fragte Lunerin verwundert. Wir Wächter wissen vieles, vielleicht zu vieles, antwortete Vos mit einem Lächeln, und für die Geheimnisse, die wir hüten, findet man keine Erklärungen in den Büchern von Leuten, die nur einmal einen kurzen Blick in unsere Welt geworfen haben. Den Talisman mühsam an dem Kettchen haltend, flog der Kobold auf und überreichte ihn Senna, indem er ihn in dessen Hand gleiten ließ. Lächelnd deutete er auf den Talisman und fügte hinzu, nutze ihn gut. Dann verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war. Rache Akte Lange starrte Vorra Dube an, mit dem Blick eines Jägers, der seine wehrlose Beute betrachtet. Sie versuchte, sich zu entwinden, doch mit eisernem Griff hielten die beiden Soldaten sie fest. Dann setzte er ihr die Spitze seines Schwertes auf die Brust, gerade fest genug, dass es ihre Haut berührte, ließ es dann langsam hinuntergleiten und schlitzte ihr das Oberteil auf. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so hübsch bist. Dube roch seinen säuerlichen Atem Atem roch seinen säuerlichen Belegen aufschlitzte. Fö Hündin traf der Faustschlag eines der Soldaten ihren Unterkiefer. Ihr war, als Schmack von Blut trat ihr auf die Zunge. Nicht so stürmisch, meine Herren, nicht so stürmisch, knurrte Forra, während er sich mit dem Handrücken über den Schnitt in der Wange fuhr. Gewalt gegen Frauen ist doch nicht unsere Sache. Aus dem Stiefelschaft zog er ein langes Messer hervor, dessen Klinge im Mondlicht funkelte. Das darf nicht sein, dachte Duby, so darf es nicht zu Ende gehen, durch die Hand dieses Mannes. Einen Moment lang flehte sie innerlich, die Bestie möge hervorbrechen und diese Männer in Stücke reißen. Doch ihr Brüllen klang fern, war noch gedämpft durch Theanas Ritual, dieses Mal würde sie ihr nicht helfen. Forra hob die Klinge und Duby blickte ihn an, weigerte sich, die Augen zu schließen und sich von Tränen verschleiert, riss sie den Mund auf zu einem Schrei, als sie plötzlich merkte, dass die Erde vibrierte und sich ein rhythmisches, kräftiges Geräusch über den Boden bis zu ihnen fortpflanzte. Forra hielt in der Bewegung inne und das Lächeln wich aus seinem Gesicht. Rasch kamen sie näher. Reiter. Glaubtest du wir zu durchbrechen, helfen, nutzte Duby nun die Gelegenheit ihrerseits Höhnen. Der starrte das Mädchen einen Moment lang nur mit offenem Mund an und befahl dann seinen Leuten sich zum Angriff aufzustellen, während er mit einer Handbewegung einem der beiden Soldaten bedeutete, Duby fortzuschaffen. Freu dich nicht zu früh, mit dir bin ich noch nicht fertig, zischte er. Hielten die beiden Soldaten. Unterdessen kamen sechs Reiter immer näher. Er sich mit dem Handrücken über Korte hatte wohl den Drachen über die Ebene schweben sehen und war eilends vorgerückt, Rücken über den Schnitt in der Bühne mit gerechnet auf so viele Soldaten zu stoßen, aber Duby versuchte dennoch die Situation zu nutzen. Als sie sah, dass Forrer sich umdrehte, um sein Schwert aufzuheben, zog sie die Schultern zusammen und entwand sich dem Griff ihres Bühnen aus Tesseln begonnen hatte. Herumwirbelnd packte sie mit beiden Händen den Hals des Mannes und drehte ihn um. Das Knacken der brechenden Halswirbel wurde verschluckt, vom Hut zog er einen lang rannahenden Reiter. Duby zögerte keinen Moment, zog ihren Dolch, warf sich auf Forrer und konnte noch verhindern, dass er sein Schwert aufhob. »Hier bin ich deine Feindin!« rief sie. Stell Sie war geschwächt und müde und die Reiter hätten es vielleicht auch allein schaffen können. Doch sie wollte Forrer um jeden Preis für sich selbst und für Learko. Dieser Mann hatte ihn zum Mörder werden lassen, hatte ihn gequält und zusammen mit dessen Vater nichts unversucht gelassen, um sein zu brechen. Dafür sollte, dafür musste Forrer bezahlen. Der warf seinen Dolch ein paar Mal von eine Hand in die andere, doch Duby ließ sich davon weder beeindrucken, durch die Hand dieses Mann konzentriert und ruhig. Ihr Herz schlug es nicht zu Ende gehen, seit langem hatte sie nicht mehr in diesem Zustand gekämpft. Mittlerweile war sie so sehr daran gewöhnt, das Brüllen der Bestie im Ohr zu haben, dass sie sich einen Moment lang fragte, ob sie es wohl auch ohne sie schaffen würde. Aber es war müßig, sich jetzt diese ein vorbrechen und diese Menschen doch ihr Brüllen noch gedämpft durch Tiana obwohl überrascht konnte Fora parieren, doch Duby attackierte weiter und drängte ihn immer mehr zurück. Gewiss war dieser Mann schwer und beleibt und was Blinkheit und Schnelligkeit anging, konnte er es sicher nicht mit Duby aufnehmen. Dennoch besaß er ein Gefühl für den Rhythmus des Kampfes und vor allen Dingen Instinkt. Und so kämpfte er auch. Ohne Technik, ohne Strategie ließ er sich ausschließlich von seinem Wunsch zu töten lenken. Da zerriss plötzlich ein Blitz die Dunkelheit und Duby spürte, wie die Klinge in ihre Seite eindrang und Duby blickte ihn an und wich sie stolpernd ein Stück zurück. Vorher hatte sie überlistet. Er hatte nicht zurückweichen müssen, sondern sich im Kreis bewegt, um das am Boden liegende Schwert greifen zu können. Ja, glaubst du, ich hätte mein ganzes Leben auf dem Schlachtfeld verbracht, ohne ein paar Tricks zu lernen? Ich bin ein Kriegermädchen, ein Schlechter. Unzählige Male habe ich getötet und weiß alles über den Krieg und das Sterben. Duby legte eine Hand auf die Wunde. Sehr tief war sie nicht, aber sie verlor Blut, das hieß, sie musste die Sache schleunigst zu Ende bringen. Die Zähne fletschen, du irrst dich, du hast noch viel zu lernen, erwiderte sie kalt. Zähne fletschen, versuchte dabei seine Schulter zu treffen, damit er das Schwert nicht mehr führen konnte. Doch Forra antwortete mit einfachen, kraftvollen Hieben und riss sie den Mund auf, zu einem Lange auf den Beinen halten konnte. Zu viel hatte sie ihrem Körper abverlangt. Sie machte einen letzten Versuch, hob den linken Arm und begann mit diesem Vorras Attacken zu parieren. Der hielt sie mit dem Schwert Mund auf, zu einem Schrei zu zu stechen. Sie hatte zur Verteidigung nur einen ledernen Armschutz, aber wenn sie sich geschickt zur Wehr setzte, als sie es vielleicht schaffen. Und das tat sie. Beim ersten Dach spürte sie, wie ihre Armknochen krachten und feine Blutäderchen platzten. Das Leder zerriss ein wenig, aber vielleicht würde der nächste Schlag schon fatal sein. Ein Arm ist kein zu hoher Preis für seinen Tod, Misches kräfteigenen Überraschung ganz gelassen. Die Bestie hatte wieder zu brüllen begonnen, doch Dubé war nicht auf sie angewiesen. Heute kam das Verlangen zu töten ganz von ihr. Beim dritten Hieb barst der Armschutz, doch Dubé hatte den Arm noch zurückziehen können, bevor es zu spät war. Ein langer roter Strich zeichnete sich auf ihrer Haut ab. Einige Augenblicke drehte sich alles in ihrem Kopf und sie musste sich mit letzter Kraft ganz darauf konzentrieren, nicht zu Boden zu sinken. Immer heftiger und das Lächeln Ich soll dich wohl Stück für Stück erledigen, rief Forer lachend. Im Grunde genau das, was seine Majestät mir befohlen hat. Und ich habe unbändige Lust, ihm zu gehorchen. Dubé hörte darauf zu konzentrieren, was nun geschah im Gesicht. Blitzartig erkannte sie vor das nächsten Zug, einen frontalen Angriff mit gesenktem Kopf und vorgerecktem Schwert und reagierte schnell genug. Sie näher, sie machte sich so flach wie möglich und spürte gleichzeitig, wie der Stahl Schulter und Haare streifte. Auch als die Klinge in ihr Fleisch eindrang, ließ sie sich nicht davon bis sie den harten Knochen spürte, zog dann mit einem Überschlag die Klinge wieder heraus und landete hinter ihm auf den Füßen. Aber es drehte ihr den Magen um, denn sie hatte zu viel Blut verloren und der Überschlag war zu viel der Anstrengung gewesen. Aus den Augenwinkeln heraus meinte sie gesehen zu haben, wie Forer stürzte. Doch als sie seinen Atem am Hals spürte, wusste sie, dass es ein Fehler war, die Deckung sinken zu lassen. Gerade noch schaffte sie es, sich zu drehen und erneut zu zu stechen, dieses Mal in den Unterleib, doch Forer schwankte nur einen Augenblick und ging dann selbst wieder zum Angriff über. Er war tatsächlich eine Kampfmaschine, blutete stark, war aber noch auf den Beinen und wild entschlossen, sie zu töten. Du wirst mich nicht besiegen, brüllte er und holte wieder zum Schlag aus. Du beparierte und den Schwung des Gegners nutzend gelang es ihr, sein zu durchbrechen. Sie traf ihn mitten in die Brust, versenkte die Klinge so tief sie konnte in seinem Fleisch. Röchelnd und mit erhobenen Ange nun die Gelegenheit vorer nach hinten. Es gab einen dumpfen Schlag, als ein bulliger Körper zu Boden krachte und Dube lächelte trotz aller Schmerzen zum Mond hinauf, der über ihnen schien. Es ging ihr entsetzlich. Die Übelkeit wurde immer stärker und in Strömen lief ihr das Blut die Beine hinunter. Aber das war unwichtig. Sie hob Vorras Schwert vom Boden auf und trat langsam auf ihn zu. Er lebte noch. Schwer hob und senkte sich seine Brust. Sich vor ihm aufbauend blickte sie hasserfüllt auf ihn nieder. Dabei starrlang nur wie er Learko im Land des Windes gezwungen hatte, den Kreis hinzurichten, und der Zorn überwältigte sie, feement lang nur mit offenem Mundbissen hinweg. Sie hob das Schwert und blickte ihm in die Augen aufzustellen, wie eines Tod Geweihten. Was ist mit Learko und Thea in den Bau bringen? Forras Mund verzog sich zu einer gequälten Grimasse. Red nicht so lange herum, während er mit einer Hand beweber, sagte er stockend. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich so erniedrige. Dubé dachte an die anderen Male, als sie getötet hatte, an das Entsetzen, die Angst, den Abschneu, die ihr keine Ruhe mehr gelassen hatten. Sie hatte sich vorgenommen, sich nicht noch schmutzig zu machen. Doch dieser Schwur hatte nun keine Bedeutung mehr. Es lohnte sich, ganz tief zu sinken. Für eine Hoffnung. Das ist für Learko, sprach sie halblaut und stieß das Schwert tief in Forors Herz. Die Waffe des Feindes Das Erste, was Duby wahrnahm, war ein dumpfes, anhaltendes Geräusch. In Bruchstücken kehrte ihre Erinnerung zurück, doch verdrängte das Bild, wie Learko von dem Drachen davongetragen wurde, bald alles andere in ihrem Kopf. Learko! Sie fuhr hoch und die Decken rutschten zur Seite. Ein heftiger Stich fuhr ihr durch den Unterleib und sie krümmte sich vor Schmerz. Sie lag in einem Zimmer mit gemauerten Wänden, in einem weichen Bett Blick auf einen Wasserfall, der auf die Bastionen eines prunkvollen Palastes hinabstürzte und weiter an seinen Mauern entlang schoss. Lauder Meer. Keine Angst, die Wunden sind nicht lebensgefährlich. Duby drehte sich um und erblickte die klein gewachsene, knorrige Gestalt eines Gnomen, der auf einem Stuhl saß und sie ansah. Ido. Sie haben Learko in ihrer Gewalt, sagte sie ohne lange Vorrede mit einem verzweifelten Blick. Ido verzog das Gesicht. Das ist noch gar nichts. San haben sie auch. Er soll Tena geopfert werden. Wir müssen ihn retten. Sie machte Anstalten aufzustehen. Nein, lass, hielt sie der Gnom zurück. Mit diesen Wunden musst du dich erst einmal erholen. In deinem Zustand würdest du nicht weit kommen. Aber ich muss. Tena ist auch bei ihm und ihr droht das gleiche Schicksal. Ido seufzte. Jetzt mal der Reihe nach. Erzähl mir alles, was sich zugetragen hat. Schweigend, hin und wieder an seiner Pfeife ziehend, hörte der Gnom zu. Keine Wertung lag in seinem Blick, nur höchste Konzentration und Aufmerksamkeit. Und dann, am Tag der Vergebungszeremonie, hatte Doha wohl all seine Verbündeten in Alarmbereitschaft versetzt, um mit einem Blutbad den Aufstand im Keim zu ersticken, beendete Dubé ihre Erzählung. Dubé ließ sich auf das Kissen zurücksinken. Sie spürte, dass ihr Körper Ruhe brauchte, doch ihre Gedanken rasten unaufhörlich und ihr Herz pochte verzweifelt. Und hast du schon einen Plan? Er nimmt jetzt Gestalt an, denn Senna und dein Freund sind zurückgekehrt. Als sie hörte, dass Lonerin in Sicherheit war, empfand sie eine vage Erleichterung. Gleichzeitig spürte sie ganz deutlich, dass er nur Teil ihrer Vergangenheit war. Heute Abend tritt der Rat zusammen, um eine genaue Strategie zu entwerfen. Sobald wir soweit sind, schlagen wir los. Ich will dabei sein. Ich glaube nicht, dass deine Wunden dir das erlauben. Doch, ich muss dabei sein, um jeden Preis. Ido erhob sich mühsam, erschien Dubey merklich gealtert in den verstrichenen Monaten und kam ihr nun wie ein Mann vor, der fast gegen seinen Willen in die letzte Schlacht seines Lebens zieht. Ich beschwöre dich, Ido, tu mir das nicht an, rief sie, wobei sie seinen Arm ergriff. Dabei wusste sie, dass es nicht richtig war, ihn so anzusprechen, denn im Vergleich zu ihm war sie niemand. Der Rat war über deine Mission nicht unterrichtet, nur ich wusste davon. Was könntest du heute Abend schon zu der Beratung beitragen? Glaub mir, es bringt nichts. Nun musst du auf uns vertrauen. Der Versammlungssaal war halb leer, die Feuer in den beiden auf drei Füßen ruhenden Glutbecken warfen flackernde, unheimliche Schatten an die Wände. Nur die erste Reihe des Halbrunds war besetzt, in erster Linie von Generälen aus der Mark der Wälder. Aus den drei anderen Ländern waren nur wenige Vertreter gekommen, Ido, Senna und einige Offiziere, die so kurzfristig hatten anreisen Männer, die unter normalen Umständen vielleicht nicht zugelassen worden wären, aber die Zeit drängte. Idos Miene wirkte angespannt, während er mit leiser Stimme einen Lagebericht vortrug. Mit keinem Wort versuchte er dabei, sein eigenes Scheitern zu beschönigen. Ich dachte, unter dem Meer seien wir sicher, aber das war ein Fehler. Außerdem war ich allein verantwortlich für den Jungen und hab ihn mir entweichen lassen. Aber ich will versuchen, meine Fehler, so gut es irgend geht, wieder wett zu machen, schloss er bedauernd. Das Gesicht unter der weiten Kapuze verborgen, warf Dubey einen kurzen Blick auf Senna. Mit gleichgültiger Miene saß er da, obwohl es doch um Sand ging, das Einzige, was ihm auf der Welt noch geblieben war. Sein Gesicht war eine wechserne Maske, aus der jede Regung verbannt war. Wie ich selbst, bevor ich Leago traf, dachte sie, und der Schmerz aus Angst und Sehnsucht durchfuhr wieder ihre Brust. Ido seufzte. In einer Woche soll der Ritus gefeiert werden. Alle werden daran teilnehmen, die Spitze der Gilde selbstverständlich, vor allem aber auch Dohor. Das ist unsere Chance, da müssen wir zuschlagen. Ein drückendes Schweigen legte sich über die wenigen Versammelten. Dubé zog ihren Kopf noch etwas tiefer in die Kapuze zurück und näherte sich voll wahr. Ja, das ist die beste Lösung, wir attackieren die Gilde mit allen Truppen und holen uns die Geiseln zurück, rief Lunerin ungestüm. Ido schüttelte den Kopf. Wie viele Generäle siehst du hier? Das schaffen wir nicht, rechtzeitig alle Heeresteile zusammenzubringen. Ihr habt doch auch den Weg vom Land des Meeres hierher in kürzester Zeit zurückgelegt. Wenn man nur will, geht alles. Hier handelt es sich aber darum, ein Heer von vielen tausend Mann auf die Beine zu stellen. Sprich also nicht wie ein Dummkopf, der du nicht bist, wies Senna ihn zurecht, wobei er Lunerin ungnädig anblitzte. Dube sah, dass der junge Magier vor Wut die Fäuste so festballte, dass die Knöchel weiß wurden. Doors Truppen stehen bereits an der Grenze. Es ist fast aussichtslos, diese Barriere durchbrechen zu wollen, bemerkte Ido. Und mit einem kleinen Stoßtrupp warf Daphne, die einzige Regentin im Kreis der Versammelten nun ein. Das könnte eine Lösung sein, antwortete Ido, aber dieser Trupp müsste auch relativ stark sein, um es im Bau mit der gesamten Gilde aufnehmen zu können und gleichzeitig so geschickt vorgehen, dass er unbemerkt zwischen Doors Armee hindurch schlüpfen kann. Jetzt ergriff wieder Senna das Wort. Wir sind uns ja alle einig, dass wir die Gilde unbedingt aufhalten müssen. Und das können wir auch schaffen. Lunärin und ich sind eine ganze Zeit lang in Ländern, wir nun wieder vorgehen. Der Talisman ist in unserer Hand und unser junger Magier hier ist so weit, dass er den Ritus ausführen kann. Wir machen uns also auf zur Gilde und erledigen dort, was wir erledigen müssen, befreien Astas Geist, verlieren vielleicht unser Leben dabei, aber die aufgetauchte Welt ist gerettet. Ido schloss seufzend die Augen. Vielleicht für kurze Zeit, aber Jeschol wird nicht aufgeben und Doror kann weiterhin machen, was er will in der aufgetauchten Welt. Nein, das ist keine Lösung. Das ist aber das Beste und das Einzige, was wir tun können, erwiderte Senna gekränkt. Und was ist mit den Gefangenen? Was ist mit San? fragte Lunerin verzweifelt. Vorrangig ist Jeschol aufzuhalten. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Dube musste die Augen schließen, um den Raum anzuhalten, der sich um sie herum zu drehen begonnen hatte. Es würde also niemand mitkommen, um die Gefangenen zu befreien. Und das Schlimmste war, dass es ihr selbst auch unmöglich schien, sie zu retten. Eine ungeheure Verzweiflung überkam sie. Dann war also wirklich alles aus? Nein, das konnte sie nicht akzeptieren. So grausam konnte das Schicksal nicht mit ihr umspringen. Die Antwort erreichte sie aus den Tiefen ihrer Eingeweide, von dort, wo die Bestie hauste. Sie öffnete die Augen und plötzlich war ihr alles klar. Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, sagte Daphne jetzt mit trauriger Miene, ich wüsste noch eine. Die verwunderten Blicke von Ido und den anderen versammelten ignorierend nahm wie ausgetrocknet und ihr Herz schlug heftig, doch mit einem Mal wusste sie, was sie zu tun hatte und diese Entscheidung erfüllte sie mit neuer Kraft. Wir verfügen über eine Waffe, die bislang noch niemand in Betracht gezogen hat. Diese Waffe bin ich und wir sollten sie nutzen, erklärte sie mit fester Stimme. Ein Raunen ging durch den Saal und Erregung ergriff die versammelten. Aber Dube, versuchte Lonerin sie aufzuhalten, doch die Schattenkämpferin fuhr ungerührt fort. Ich bin verflucht, in mir lebt eine Bestie mit übermenschlichen Kräften, ein blutrünstiges Tier, das sehr viel stärker ist als ein Trupp Soldaten. Mit undurchdringlicher Miene sah Ido sie an, während Lonerin jetzt aufsprang. Du weißt doch genau, dass sich die Bestie Wodurch ist denn dieser Fluch genau gekennzeichnet? fragte einer der Generäle. Dube erzählte alles in einem Atemzug. Das Wissen, endlich eine Entscheidung getroffen zu haben, hielt sie aufrecht während dieser Tortur. Sie erzählte von dem Jungen, der sie infiziert hatte, von dem komplizierten Plan, mit dem Dohor einen auf ihn gemünzten Fluch auf sie umgelenkt hatte, und von der ungeheuren Gewalt, die sie nun zu entfesseln vermochte. Ich bin auf alle Fälle dem Tod geweiht, erklärte sie mit schonungsloser Kälte. Dass ich noch lebe, verdanke ich nur den Zaubertränken und Ritualen, mit denen zunächst Lonerin und später Theana die Wirkung des Fluches eingedämmt haben. Aber er wird immer stärker, und nichts kann ihn aufhalten. Warum also sollten wir den Feind nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen? Das ist vollkommen verrückt, was du davor hast, schrie Lonerin, und es stimmt auch nicht, dass an deinem Schicksal nichts zu ändern wäre. Es gibt ja einen Ritus, der dich retten kann. Daran bin ich gescheitert, antwortete Dube und drehte sich zu ihm um. Ich war ja an Doors Hof und wollte ihn töten, aber es ist mir nicht gelungen. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel Zeit und vor allen Dingen keine Möglichkeit mehr, meinem Schicksal zu entgehen. Das lasse ich nicht zu, schrie Lonerin vollkommen außer sich und ließ die Faust auf die Tischplatte niederfahren. Ihr wisst, dass ich recht habe, ließ Dube sich nicht beirren und blickte dabei die versammelten Räte an. Und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Wir vier Hilde vernichten. Im Saal erhob sich skeptisches Gemurmel. Es war eine schwere Entscheidung. Darüber müssen wir abstimmen, rief Ido bemüht, die Ordnung wieder herzustellen. Dazu ist keine Zeit, widersprach Dube erregt. Jetzt, da sie ihren Entschluss gefasst hatte, drängte es sie, die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Doch Idos Stimme, die immer noch so tönen konnte, wie in früheren Zeiten sorgte für Ruhe. Der Antrag sieht vor, eine Gruppe, bestehend aus Dube, Lunärin, Senna und mir, noch heute in den Bau der Gilde zu entsenden. Wir würden uns von Orv hintragen lassen und unter Ausnutzung von Dubes Fluch die Sekte angreifen. Ziel ist es, die Gilde zu zerschlagen, die Gefangenen zu befreien und Dohor zu töten. Letzteres wäre meine Aufgabe. Wer dafür ist, der hebe jetzt die Hand. Ein gedämpftes Gemurmel durchlief den Saal. Ido tat es selbst als erster und schaute dabei Dubé an. Trauer lag in seinem Blick, aber auch Verständnis. Sennas Hand ging fast gleichzeitig hoch und dann auch die einiger Generäle. Daphne hielt ihre unten, voll war nicht. Dubé schlug das Herz bis zum Hals. Sie waren zu fünfzehnt in dem Saal, sodass keine Stimmengleichheit möglich war. Die letzte Hand, die erhoben wurde, war die von Lonerin, der den Kopf dabei gesenkt hielt. Acht. Dubé schloss die Augen. Wir machen uns sofort auf den Weg, schloss Ido die Sitzung. Sitzung. Vielen Dank.